Moin Leute! Heute am Start, Ocean of Lights. Ist schon ein Klassiker bei Lidl, gibt es schon jahrelang. Zwei Minuten Brenndauer haben wir da, zwei Meter Effekt höher und dreifach Verwandlung. Sehr gut, dann schauen wir uns die dreifach Verwandlung mal an und ich wünsche euch viel Spaß. So, hier oben haben wir noch einen Plastikdeckel drauf. Fauen wir runter. Und da haben wir die Anzinschnur. Ocean of Lights. Ja, komm. Jetzt. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020